Ausgestattet mit einem Intel Core i7-4700HQ und einer NVIDIA GeForce GT750M ist das Asus N750JV für mehr als No-Office-Arbeiten gerüstet. Die leistungsstarke Hardware gibt nicht nur Full-HD-Filme über das Blu-Ray-Laufwerk ohne Probleme wieder, auch 3D-Spiele wie Skyrim sind, zumindest in mittleren bis hohen Einstellungen, kein Problem. Bei moderneren Spielen wie Metro Last Light muss auf die mittlere Leistungsstufe zurückgegriffen werden, da andernfalls kein flüssiges Spielvergnügen mehr möglich ist. In unseren Benchmarks liegt das N750JV dabei leicht unter der Konkurrenz. Schuld trägt die hohe Hitzeentwicklung, da sich der CPU-Takt hierdurch bedingt und im normalen 3D-Betrieb um wenige 100 MHz reduziert. Offensichtlicher wird das Problem allerdings in unserem für die praktische Nutzung nur sehr bedingt relevanten Stresstest. Hier wird der CPU-Takt dauerhaft auf 800 MHz gedrosselt.